Hallo miteinander, wer sind ihr und was steckt hinter eurem Band-Namen? Das kannst du beantworten. Wir sind die üblichen Verdächtigen und abgekürzt DUV. Und das steht eben wie gesagt für die üblichen Verdächtigen. Wenn wir so verdächtig sind. Für wer ist denn eure Musik gedacht? Für jeden, der gerne gute Musik hört, gute Livemusik, der gerne Mundart-Musik hat. Wir machen Mundart-Rap für Leute, die gerne Rap haben. Ja, teilweise mit ein bisschen Humor, manchmal auch mit der Kischalk, manchmal auch ein bisschen ernster. Ja, also jeder, der gerne Rap auf Live-Beats hat, denke ich. Wenn bei euch etwas schief läuft, wer ist immer die Schuld? Der Khaled ist immer die Schuld. Der Esing ist immer die Schuld. Er ist der üblichste Verdächtigste. Es ist immer der Band-Leader die Schuld. Und sie machen mich zum Band-Leader, weil ich diese Band ein bisschen begründet habe leider. Schnaps oder Champagner? Äh, ja sicher. Was? Warte, ich darf nicht fluchen. Ähm, sie sind in einem Wort. Schnaps. Abbezähler zählt als Schnaps, oder? Ja. Rum. Es geht nichts über Rum. Wenn ich sage, die Winterwurst ist die beste Wurst weit und breit. Was sagen ihr? Also, also, ich meine... Wir sind aus dem Kanton St. Gallen und ja, ich meine, wir haben nicht den schönsten Dialekt, das wissen wir alle. Aber wir haben dafür die beste Wurst. Lassen wir uns zusammen, das ist das Einzige, das wir haben. Das stimmt. Wer von euch würde am ehesten kriminell werden? Wer werden? Wer werden? Die üblichen Verdächtigen, es bleibt immer nur beim Verdacht. Also, der Kriminell, der sieht schon der Knöli aus. Der Knöli ist der hier. Ja, wieso echt? Ein Farbmuster. Ja. Auf der Bärenhaut. Nein. Wir werden alle nie kriminell. Nein. Die Zeit ist vorbei. Ja. Wer ist der grösste Chaot der Band? Aha, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Ja. Ja. Das ist mega schwierig. Keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, der Timo. Das ist ehrlich. Ja, vor allem, wenn er einen Schnapps... Nein, einen Schnapps. Genau. Genau. Genau, ja. Wenn ihr ein Tier wäre, welches wäre er? Ich wäre ein Buchs. Stadttier. Stadttier. Da kann ich alle. Ich wäre eine Taube. Dann kann ich fliegen. Und so. Du bist ein Ratte von den Leuten. Ja. Ja. Oder Möwen. Das sind die Kameraten von den Leuten. Oder von den Meeren. Oder wie sagt man. Ja. Du? Nein. Was wollt ihr schon immer von euren Bandkollegen wissen? Es ist eher so, wir wollen nicht zu viel wissen voneinander. Wir spielen zusammen. Wir machen Musik. Und der Rest bleibt so ein wenig... Verdächtig. Im Verborgenen. Anonym und verdächtig. Nein. Aber ich wollte schon immer wissen... Liebt ihr mich wirklich? Dein zweiter Vorname. Dein zweiter Vorname. Paul. Oh scheisse. Wir lieben dich wirklich, darum. Gut. Ja, Paul. Musikfest wuchen in einem Wort. Geil. Woher lese? Zwei. Scheisse. Hättet ihr gesagt, bei dieser Aussage müssen bleiben. Geil. Einfach geil, oder? Ja, ist geil. Also, jetzt ist ein mega guter Eindruck. Ja. Ja, dann danke ich euch ganz viel Mal und einen schönen Abend. Danke auch. Gleich passen wir nochmal. Tschüss.